Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von Josies Hobbit. Heute werde ich euch zeigen, was ich alles an Ostern gekriegt habe. Los geht's! Ich fange damit an, was der Osterhase mir gebracht hat. Der Osterhase hat mir einmal so eine Haribo-Tüte gebracht. Das sind Goldhiesen. Das sind nicht diese Bären, sondern das sind Hasengesichter. Das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen. Aber das sind voll süße Hasengesichter. Und dann hat er mir dieses süße Topmodel-Buch mitgebracht mit kleinen Hündchen. Ich habe schon mal zwei gemalt. Also hier dieses mal und dieses kleine Süße. Hier habe ich noch mal zwei angefangen. Dann hat er mir das da. Das war ein riesen Überraschungsei. Und das war richtig, richtig, riesengroß. Und da habe ich noch ein bisschen Schokolade übrig. Und dann waren hier diese zwei Spielzeuge von My Little Pony drin. Einmal das Pferdchen. Und noch als Mensch. So, jetzt zeige ich euch, was ich von meinen Großeltern gekriegt habe. Einmal diesen süßen kleinen, äh, diese süße kleine Prinzessin hier. Die heißt Molly. Und die kann so das. Ich finde das richtig süß. Und die ist auch hier oben so musselig. So klein. Ja. Dann habe ich hier einmal noch ein Buch gekriegt. Da steht ein größer Tag für Hase und Huhn. Und, ja, diese Geschichte war toll. Und, ja. Da habe ich noch ein Malbuch gekriegt. Also, da sind jetzt solche Malbilder drin und so. Und ein Rätsel-Spaßbuch noch. Und Geschichten und Bedeutungen. Und dann habe ich noch Kinderschokolade gekriegt. Und Ostereier-Dickmanns. Ja, das war alles. Wenn ihr auch so tolle Geschenke habt. Ach, und vier Eier vom Osterhasen. Hatte ich jetzt alle schon eigentlich weggegessen und so. Also, wenn ihr auch so tolle Geschenke gekriegt habt, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch oder klickt drauf, um mich zu abonnieren. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Video.